ja ja da lang nicht generally hospital quasi das nicht generelle hospital ja ungenerali hospital ungenerali hospital yes yes that's so einen neuen gesundheitspass und vitamine gegeben hat was er kann aber es scheint einige todesfälle gegeben zu haben mach dir keine sorgen ich passe wie immer auf mich auf ich schicke dir bald wieder ein echo ich liebe dich tust du nicht because you dead dead as shit warum fällst du darunter weil ich wissen wollte warum dann geschützt okay die neugier hat es über mich gekommen ist er hat mich quasi umgebracht es wird immer schlimmer es gibt gerüchte dass hier die toten auf die leute das ist wahr zu sein scheint man sagt die die mit ihnen in kontakt kommen sind immer die ersten die krank werden und dann zu dr nett gehen der dr hat mir versichert dass er fortschritte bei der behandlung macht ich glaube ich es sind nur noch drei wochen bis wir wieder verein stupide flanders und 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 okay trotzdem sind die fische jetzt nicht wieder respond bis jetzt nur ja wir müssen das gebiet verlassen und neu betreten es ist kein gerüst mehr ein fluch liegt über jacobs kopf wo dann jetzt die arbeit wurde eingestellt wir kämpfen um unser leben aber keine sorge dr ned glaubt noch immer dass man den horror aufhalten kann ich habe mich für den test eines gegenmittels gemeldet die skeks mein schatz die dreckigen skeks sind unsere rettung keks sie sind gegen die krankheit immun ich bin gerade auf dem weg um im krankenhaus vor der stadt behandelt zu werden ich weiß dass es ein erfolg wird und wir bald wieder vereint sind bete für mich hank jetzt sind die alle da reingefallen ich glaube du kommst da gar nicht ran ne okay cool die keks sind alles schuld yeah nein die keks sind die lösung deswegen ist er zum werk kek geworden wer kek ja schon bei tags mensch bei nachts voll der kek voll der kek nachts der ober kek ist doch richtig hier ne überlass das den profis jetzt dürfen wir doch rein echt das sieht so aus alter fps dort öber der den der att So was habe ich noch nie gesehen. So was habe ich noch nie gehört. Ich habe eine neue Abscheulichkeit gesehen. Ich fürchte, dass ein weiteres Vergehen hinter die Natur bestraft werden muss. Und das wird es. So war ich Vater, Jackie O'Pellahed. So, wo ist der Fanatiker? Der ist nicht hier, sehe ich gerade. Epic, wir müssen zurück. Okay. 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 Ja, oder? Guck doch mal auf die Map. Der ist da drüben. Wo? Was meinst du? Ja. Okay. Ja, auf jeden Fall mussten wir einen Tick zurück. Aha. Da ist ein Piraten schief. Schieb. Ja. Ja. Propellerantrieb und Segel. Propellerantrieb. Great. Eines Keckweibchens. Ja. Ja, das ist Keck. Tun sie verbessern! Go! Jakobs Kurve Jakobs Kurve alle fertig ja schon es gibt bestimmt eh wie der follow-up quescht ist biohazard containment area der kletcher typos wieder so dann noch mal nach general hospital oder was ja muss okay das sind verschiedene kürbis anscheinend die 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 Bomben bei der Ja, ich finde den Weg nicht aus. Okay. Macht ja nichts. Verdammte Leise, Frazer. Aye. Aye. Why are they so weit unten? Can this be? Can it? Wow. Ach so. Okay. Oh nein, hier geht's runter. Ist er auch gut. Oh nein, wow, wow, das war knapp. Ja? Ah. Cack-Plattform. Okay, bye. Hi. Ich hoffe, du stehst noch da drauf. Nur die dreht sich. WoW-style. Ah, jetzt kann ich die Kiste ganz alleine lupen, weil du sie nicht gesehen hast. Sohn. Natürlich ist ein Klasse-Mod für dich drin. Na, der muss leider kommen. Er ist schon genommen. Eieieiei. Er ist weggeworfen, also rausgeworfen, aber die spawnt anscheinend. Nooo! Er hat durch den Boden geklippt oder so. Hm. You did well. New York. War bestimmt eh kacke. Ja, ja. Ja. So, wo Whisky Billy? Ja. Peter O'Callaghan. Alles klar. Mein Pater. Na, Pater O'Callaghan. Trotzdem. Ey, was Typ. at calamid. Neu. Untertitelung des ZDF, 2020